Willkommen in Tansania. Wir befinden uns hier im Serengeti Nationalpark am Ikoma Gate. Dieses Gate passieren Sie bei der BTG Touristik, wenn Sie eine Kombinationsreise aus Kenia und Tansania buchen, bei der die Reise zuerst in Kenia startet, wo Sie berühmte Masamara besuchen, die Verlängerung der Serengeti, und dann über das Ikoma Gate in die berühmte Serengeti selber einreisen. In dieser Kombinationsreise lernen Sie die beiden geografischen Teile der Serengeti und der Masamara-Lengen, die zusammen zu einem großen Nationalpark gehören. Willkommen, Karibu!